14 Jahre lang haben wir warten müssen, aber jetzt ist es endlich wieder so weit. Hansa-Fans am Milan-Tor. Eines der brisantesten Duelle im deutschen Fußball steht an. Ihr wisst, die Rivalität ist groß. St. Pauli trifft auf unseren FC Hansa und wahrscheinlich haben sich viele jetzt gefragt, was macht der Typ? Geht er ins Stadion? Hat er Karten? Mein allererster Gedanke war eigentlich, dass ich mir das von der Couch aus anschauen werde. Doch dann kam spontan tatsächlich jemand, der mir Tickets angeboten hat. Und ja, das bedeutet, wir werden das erste Mal ins Milan-Tor-Stadion gehen. Das Ganze ist nicht ohne, muss man einfach mal hier so sagen. Vor allem, weil Pauli eine Heimacht ist. Sie haben noch kein einziges Spiel zu Hause verloren und die letzten vier Spiele mit neuem Trainer in der Rückrunde auch allesamt gewinnen können. Statistiken sind da, um sie zu brechen. Ein rauer Sturm zieht auf, hoffe man nicht viel spielt. So, ich hoffe, man versteht mich jetzt besser. Ich wollte mich auf jeden Fall entschuldigen, dass es so ruhig war bei mir auf Social Media. Aber vielleicht kann man es eventuell verstehen, warum ich das getan habe. Ich wollte halt nicht rausposaunen. Ja, ich bin auf jeden Fall im Stadion. Wusste es bis zuletzt ja jetzt auch nicht hundertprozentig und werde mich dementsprechend auch nicht so ins Stadion begeben. Ihr wisst ja, ich bin immer höflich und respektvoll, vor allem im Heimbereich. Da passe ich auf und hoffe, wir kommen da unversehrt wieder raus. Matchday ist es soweit. Guckt euch an, wie ich aussehe. Ja, ein bisschen undercover heute unterwegs. Grüße gehen raus an Felix. Danke für die Mütze. Und ich habe ja die Jacke an von meinem alten Fußballverein in Hamburg, damit man da ein bisschen untertaucht. Habe ich euch ja alles schon mal erzählt, wo ich gespielt habe hier beim ETV. Damals noch mit vielen Paulis und HSV-Fans untereinander. Ja, man hat immer mal ein paar kleine Witze gemacht, aber am Ende hat man sich verstanden. Muss man einfach hier nochmal so sagen. Und genau von hinten, Eimsbückel geht jeder davon aus, ach, dann ist doch einer, der aus Hamburg kommt. Also ich bin leicht nervös, es ist eine positive Anspannung da. Mein Hansa-Schal habe ich natürlich trotzdem dabei. Wir werden jetzt mit der Fähre auf, auf nach Hamburg fahren. Nachdem ich Pauli jetzt ein bisschen gelobt habe, müssen wir aber auch mal auf uns schauen. Vor allem auswärts haben wir immer eine Chance. Ja, in der Auswärtstabelle auf Platz 6 und sind deutlich besser auswärts als zu Hause. Deswegen habe ich schon ein bisschen Hoffnung. Schön nach Irren laufen, um die Aussicht genießen zu können, ist ja klar. Aber, jo, da wären wir. Es geht eigentlich noch von der Kälte. Jetzt bin ich gespannt, ob wir uns die drei Punkte holen. Die Entfernung zwischen Rostock und Hamburg, wisst ihr vielleicht selber, ist nicht so groß. 191 Kilometer, circa zwei Stunden fährt man. Und da wollen wir mal. Los schippern. Viertel vor zehn, überpünktlich sind wir da. Also wir haben noch extrem viel Zeit. Da haben wir uns gedacht, komm, gehen wir einfach mal auf die Elbphilharmonie rauf, weil die halt so teuer war. Ich glaube, 866 Millionen für den Steuerzahler will ich auch hoffen, dass das kostenlos ist. Ne, ne, zwei Euro pro Ticket. Lava. Ja, ja. Meine Fresse. Nur noch Geld, Geld, Geld. Da ist das gute Stück. Von außen her, hmm, sieht das schön aus. Weiß nicht, Geschmackssache. Die längste gewölbte Rolltreppe Europas. Kann man machen, kann man machen. 30 Kilometer. Wir sind noch nicht ganz da. Weiter geht's. Heute machen wir ein auf Michael Ballack mit der Nummer 13. Ja, jetzt wollen wir mal die Aussicht genießen. Mit den Containerschiffen haben wir ja perfektes Wetter erwischt. Stabile Aussicht. Da hinten, könnt ihr schon sehen, Rooftop-Bar, Reeperbahn. Irgendwie ungefähr in die Richtung geht's dann gleich. Den Kanälen entlang, hier ist doch der Speicher. Hamburg Dungeon und so. Miniaturwunderland. Jetzt kram ich jetzt auch nochmal was raus. Es gab insgesamt 21 Aufeinandertreffen. Zwölfmal haben wir gewonnen. Neunmal St. Pauli. Und nicht ein einziges Unentschieden gab's. Also eigentlich wird es Zeit. Schon komisch. Mittlerweile wieder unten. Und auf einmal ist hier eine Berliner Mauer zu sehen. Schön geklaut hier in Hamburg. Leute, wer ist das? Ein Undercover, der schon ein bisschen Stress hatte. In der U-Bahn. Oder war da alles so normal? Ja, eine kleine Auseinandersetzung. Aber man hat es mit Worten geregelt, ne? Kommunikative auseinandersetzung. Man ist ja hier, um Fußball zu gucken, um nichts anderes zu machen. Ja, wir wollen nur Fußball schauen. Kein irgendwie stressen oder sonst was. Unseren Verein supporten trotzdem dennoch. Aber alles im ruhigen Bereich. Wie ist dein Gefühl heute? Gemischt. Gemischt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut geschlafen? Das schon, ja. Vor allem diese Heimstärke halt bei Pauli muss man halt mal gucken. Weiß man nicht, was auf einen zukommt, bin ich ehrlich. Auch allgemein da jetzt in das Stadion zu gehen. Aber denk an das Hinspiel. Das schöne 2 zu 0. Ja, das war natürlich, wie du schon vorher gesagt hast, das war das perfekte Spiel. Besser kann man das nicht schreiben. Hansa Pauli, Pröger mit dem 1 zu 0. Und dann? Ja, so was wünscht man sich natürlich auch für heute. Wir müssen uns ein bisschen zurückhalten. Ich hoffe, das klappt. Was Kleines zu essen wird sich jetzt noch gegönnt. Schönes Brötchen holt er sich. Guten Brötchen. Standard oder Bewertung. Guck mal, mit perfekter Kulisse. 7,8? Okay, schön hier die Speicherstatt noch drauf. Mein Bruder, der ist irgendwie unentspannt. Der muss jetzt ein bisschen lockerer werden. Alwin, du bist so ruhig. In der Stunde geht's los. Wir sitzen hier noch ganz entspannt. Meiner Kollegen. Genau. Heute Pauli gegen Hansa, 8er gegen 13er. Ja, ist schon so ein kleines, richtungsweisendes Spiel. Es wird so langsam Zeit, mal wieder für ein paar Punkte. Aus den letzten vier Spielen in der Rückrunde konnten wir nur eins gewinnen. Das aber auswärts gegen Arminia Bielefeld. Und wenn wir jetzt drei Punkte holen würden, dann hätten wir sieben Punkte Abstand auf Platz 17, glaube ich. Ja, und könnten uns da ein bisschen absetzen. Bei Pauli läuft's ja auch. Die können tatsächlich sogar noch nach oben schauen, sollten die gewinnen. Schala. So, ich bin hier heute sportlich angezogen. Zur Not werden die Laufschuhe in die Hand genommen. Und dann wisst ihr, wo lang es geht. 40 Minuten haben wir noch. Sei deinen Freunden nah und den Feinden noch näher. Das ist heute unser Motto. Ja, dann wollen wir mal. Da hinten noch ein schöner Park. Auf ans Müllern-Tor. Die Reise beginnt. Wir sind da. Schon den Hansabus gesehen. Wir überlegen noch, wo wir lang. Gehen am besten. Rein in die Menge. Da hinten der Hansabus. Könnt ihr schon sehen. Bisher ruhiger als wir dachten, aber wir sind ja auch noch nicht drin. In der Hütte. Was gibt's denn da? Gar nichts. Die Hütte. Das hat geklappt. Ausstellung bei Hansa, sieht aus wie in Darmstadt, außer dass Ingelsson ausfällt, aber Johnny kommt wieder rein. Ansonsten, wie gesagt, erst mal mit 3er, 5er Kette starten auf Sicherheit, die 0 muss stehen und jetzt noch einmal die Pauli-Ausstellung. Starke Spieler, Daschner, Kakarada, Irvine hier, australischer Nationalspieler, die sind nicht zu unterschätzen und der Keeper, der das Fallrückziehertor fangen musste, der wurde glaube ich aussortiert. Ist das die St. Pauli-Hund? Ich glaube, ja, oder? So, los geht's. Neben uns auch schon ein paar Hansa-Leute, weil hier scheint alles noch im Rahmen zu sein. 5 Minuten vor Anpfiff, Schneetipp. 0,2. 5 Minuten vor Anpfiff, Schneetipp. Oh, jetzt kommt er, 3. Fakore werden schön auf unserer Seite. Auf gehts. Komm, Nullheiten zur Pause und dann irgendwie in Führung gehen. Ja, zu Halles! Ich brauche keinen. Ich brauche kein Essen. Oh, gut geklärt. Zehn Minuten gespielt. Boah, stark, stark. Oh, 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 jetzt. Oh, nein! Nein, Digga! Alter Posten! So eine gute Chance! Jetzt Malone mit Einbruch. Komm! Musik Da unten erstmal die Hansa-Fahnen schwenken, auch in unserem Bereich und dann noch das alte Bundesliga-Logo. Es war wieder so klar, am Anfang gut gespielt und dann ein Flankenball da rein, pass doch da auf, Mann. Jedes Mal die Gräkchen Scheiße, Mann. Vorstenkreifer haben ein guter Spiel gemacht, die ersten 10 Minuten und dann das Tor. 1 zu 0. Toll. Toll. Wir sind mal wieder in der Stadt. Und der Neue an den Südblock, bitte unter Rastas, ergrenzen. Was macht ihr da? Jeden zweiten Ball noch und alles frei. Ich kann gar nichts mehr sagen, Alter. Wir fehlen die Worte wieder. 2.19 Minuten später. Wieder alles frei außen. Der läuft durch, der läuft durch. Jetzt schubli, schubli. Mal was nach vorne. Harris. Ja. Was meinst du? Ja, hast recht. Lächeln. Komm. Rastum! Rastum! Komm. Ein bisschen muss man sich abmachen. Scheint ja doch alles okay. Ich hab doch alle da. Die Hörlinge auf. Ey, komm, 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 rauf, Mann. Rastum! Rastum! Schönes Tor jetzt vor der Pause. Kommt durch, aber Ecke, Ecke. Aber es gibt nichts zu, Junge, lasst uns das Problem. Vielleicht jetzt mal eine Ecke. So lang kein Eckballtor. Komm, komm. Ja! Ja! Oh! Ey! Weiter, weiter, weiter! Jetzt? Ja! Ja! Oh nein! Ey, das ist doch nicht zu glauben, Mann! Komm, Russi, komm! Witte mal! Schalom! Schalom! Schalalalalala! So ein Tor davor wäre mir lieber. Ey, natte Pfosten, natte Pfosten hier. Was sehe ich hier? Schalom! Schalalalalala! Ey, bitte, Mann! Vor der Pause hier. Ja! SS-Tisch hoch! Ey, was? 50 Meter übers Tor. FCA. Wir sind da. Aber jetzt ist Halbzeit, Mann. Latte Pfosten. Und den muss er nur einschieben. Den muss er nur einschieben. Boah, wenn du den wieder nicht, diese Vorlagen nicht reinmachst und nutzt, dann liegst du halt 1-0 hinten zur Pause. Ja, wow. Wieder so gute Möglichkeiten. Ja, hier gibt es gerade Stress hinter uns. Ne, wo hat die Ordner? Ja, hier gibt es gerade ein bisschen Turmult. Bei Hansa-Fans gegen Kauli. Der Verhalten ist un-sportlich und kann zu spüren, aber erheblich Geld schratzen. Besonders wenn Pyrotechnik hat so den Spuren Platz geschossen werden. Wir bitten euch bei seiner Prymie zu beurten. Herzlichen Glückwunsch! Ja! Ja, ja, ja. Alles gut, alles gut. Ja. Ja, ja. Komm mal klar, Digger. Ja. Egendes Schuss hier. Ja. Ja. Egendes Schuss hier. Ja. Ja, ja. Da kommen wieder Kosten auf den Verein, das ist scheiße. Auf ist vorbei, die zweite Hälfte kann beginnen. Es kann nicht gehen. Wir hoffen jetzt mal sportlich erfolgreich für uns. Ein Tor wäre immer schön. So gute Chancen, Alter. Das war perfekt für meine Kopfschmerzen. Ein guter Freistoß. Deni war gut jetzt. Edelson ist auch drin in der Partie. Und Simon Rhein, Fröhling auch, Freier wechselt. Er tanzt wieder. Film des Herrn Fröhling auch, wo wir答案 werden können. Er hat blicken, unsere Hoffnung ein schöner Baird. Alter, Russgelb. Rot, eigentlich rot. Ja, rot, letzter Mann eigentlich. Wie wichtig wäre jetzt mal so ein direkter Freistoß. So ein richtig schönes Tor. Irgendwie schon. Dann verstehe ich immer diese Variante nicht. Was war das, ey? Richtig. Siebzigste Minute. Komm Simon. Schuss. Aber wenigstens mal raufgeballert. Ab, 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 ab. Muss einer mit, ja? Der läuft, der läuft. Moris. Ja. Ja. Der war schon wieder nicht drin. Das ist verflucht. Das ist ehrlich verflucht. Und wie viele hier aufgesprungen sind, überall Hansa-Fans. 29.205 Menschen. Mit dem Schall. Er lebt auch gefährlich. Gute Besserung an Ananu. Dafür im neuen Spiel die Nummer 9. Mit Schallmann-Sie. Und das Bluat. 3 Minuten nach der Zeit. Gelb für Rick. Der hat dann noch ein paar Spielchen gemacht, aber wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Schneller. Schneller. Und noch mal die Anführung. Ja. In der Südkurve. Das ist sofort. Eitel und Dicke. 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 Soll es am Ende sein. Wir verlieren. Glückwunsch zum Sieg. Wieder Latte. Pfosten. Der Fluch geht weiter ohne Tore. Fahren wir nach Hause. Ich frage mich trotzdem ehrlich, wie wir jemals ein Tor schießen sollen. Nächste Woche Gegenteil zu. Magdeburg hat gewonnen. Also, nächste Woche heißt es Punkt. Ich weiß nicht mehr, wie die Tormusik geht. Mal gucken, nächsten Sonntag. Unser Rostum. Das war mal wieder gar nichts. So Leute, wir sind heil wieder zurückgekommen. Das muss man auf jeden Fall mal sagen. Sowohl ins Stadion rein, als auch im Stadion. Und dann beim Ausgang ist nichts passiert. Alles friedlich, ohne Stress. Wir wurden nicht einmal angemacht. Hat ganz gut funktioniert. Was nicht so gut funktioniert hat, war in der Halbzeit. Aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Erstmal zum Spiel. Wir hatten wieder viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, ihr könnt es auch langsam nicht mehr hören. Also, wenn wir gegen den KSC nicht punkten und vor allem mal ein paar Tore schießen, dann brennt die Hütte. Die versprochene Neuerung in der Winterpause. Man wolle Offensivfußball spielen. Sieht man überhaupt nicht. Aber ihr könnt ja gerne alles einfach mal reinschreiben. Zum ganzen Tag, würde ich einfach mal sagen. Zur Halbzeit. Also, ich war schockiert. Pyro und Böller wurden einfach in die gegnerischen Blöcke geworfen. Und es gibt so viele normale, korrekte, nette Hansa-Fans. Aber dann gibt es ein, zwei, drei, ein paar vereinzelte Idioten, die den Ruf komplett schaden des Vereins. Und das muss ich jetzt hier einfach mal so sagen. Ein paar Zentimeter weiter. Und mich hätte ein Böller komplett hier im Auge erwischt. Ich hatte Glück, dass meine Kamera noch im Weg war. Das ist ein bisschen da abgeprallt, ihr habt sehr gesehen. Und da kann ich dann auch nicht ruhig sein. Das geht gar nicht. Also, in die gegnerischen Blöcke mit Böllern zu werfen. Da waren kleine Kinder mit Familien. Die haben sich sogar in der Halbzeit dann versteckt unten. Das ist krass gewesen. Vor allem sind ja auch immer viele Hansa-Fans in den Nebenblöcken. Ich bin auch nicht gegen Pyro oder sonst was. Wenn das geordnet, abgebrannt wird im Block, dann alles fein. Die Stimmung war auch sensationell, also lautstark. Dafür sind die Hansa-Fans bekannt. Und ja, es gibt mal wieder ein paar Ausreißer. Aber das hat, denke ich, jeder Verein. Trotzdem müssen halt dann die normalen Hansa-Fans darunter ein bisschen leiden. Genauso wie Hansa selber, der Verein. Das wird wieder so viele Kosten mit sich bringen. Und dann fragt man sich immer, warum gibt es keine Neuverpflichtungen? So viel Geld hätte man vielleicht auch schon sparen können. Und dann hätte man hier noch den ein oder anderen Topscorer an Land geholt. Keine Ahnung. Aber ja, das musste ich loswerden. Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich denke, jeder normale Mensch sollte da einer Meinung sein. Der eine Kollege neben mir und mein Bruder hatten sogar ein Tinnitus für ein paar Minuten im Ohr. Es gab auch mehrere Verletzte, die ins Krankenhaus mussten. An alle gute Besserung natürlich wünsche ich. Und hoffentlich ist da nichts Schlimmeres passiert. Ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Hoffentlich gibt es in nächster Zeit wieder positivere Nachrichten über unseren FC Hansa. Vor allem im sportlichen Bereich. Wir stehen ja gut da. Wir haben eine geile Truppe. Wir haben geile Fans. Das muss man hier einfach nochmal so loswerden. Und am Ende bedanke ich mich für jede Unterstützung. Ich versuche mein Bestes. Es ist auch wirklich nicht ohne ab und zu sehr, sehr anstrengend. Man sieht das vielleicht gar nicht so drumherum. Das ganze Plan hier, da und sowas. Aber ja, ich weiß, dass es viele zu schätzen wissen. Und ja, dafür wollte ich mich nochmal bedanken. Jetzt wünsche ich euch allen eine entspannte, angenehme Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bleibt stabil. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.